Wie heißt du? Martin. Der Martin, ich bin der Helmut. Grüß dich Helmut. Ja, grüß dich. Deine Hand hier, laut, leise, damit du mich gut hörst. Ich fühle mich gerade wie bei Ramm in Gefahr. Man wird sehen, wo das endet. Okay, auf was freust du dich am meisten? Auf gar nichts im Moment. Nein, ich freue mich auf einfach mal alles von oben sehen. Das wird sich ja spannend, wenn ich nicht dieses Mikrofon auffresse. Ja, Milikopter 1 ein See. Wir machen jetzt den Rettungsflug über das See Rongo Gebirge. Angeblich sind es mehrere Giraffen, die unsere Hilfe benötigen. Wir schauen mal, ob wir die entdecken. Oh, das hört sich aber gut an. Gut, Achtung. Ein weiser Mann sagte einst, über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, so sagt man, blieben darunter verborgen. Nun ja, uns ist es nicht gestandet, jetzt Bewegtbilder aus der Luft zu zeigen. Deshalb kommen jetzt halt Standbilder. So weise bei der gute Mann dann wohl doch nicht. Musik 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 Musik